Zukunft jetzt. Klimaimpulse für den Alltag. Mit Cordula Weimann. Eins steht fest. Wir essen uns krank. Führende Ernährungsmediziner sind sich einig, dass wir uns krank essen. In einem der reichsten Länder dieser Erde werden die Menschen durch ihre Ernährung nicht gesund, sondern krank. Zu einem überwiegenden Anteil erkranken wir eben nicht mehr an Infektionen, so wie früher, und jetzt nehmen wir Corona mal raus, sondern wir erkranken an unserem wohlstandsbedingten Ernährungs- und Lebensstil. Und zu 60 Prozent sterben wir dann auch noch daran. Diese wohlstandsbedingten Krankheiten sind in 60 Prozent der Fälle Todesursache Nummer eins. Das sind die Herz- und Kreislauferkrankungen. Das ist Diabetes Typ 2. Das ist Übergewicht und Fettleber. Es ist Krebs, Gicht. Und das sind alles Krankheiten, die typisch sind für Länder mit hohem Wohlstand. Und was hat dieses Thema eigentlich in einem Klimapodcast zu tun? Ich vermute, es hängt einigen schon aus den Ohren heraus, aber ich kann es nicht ändern. Auch dieses Mal kommen wir nicht dran vorbei, mit dem Fleischkonsum anzufangen. Wisst ihr eigentlich, wie viel Fleisch gesund ist? Ja, Fleisch ist gesund. Aber nur dann, wenn man es a. im richtigen Maß und b. in der richtigen Qualität isst. Und dann noch möglichst wenig Rind- und Schweinefleisch, also wenig rotes Fleisch und eher Geflügel. Und in einem sehr, sehr, sehr begrenzten Maß ist die artgerechte Tierhaltung für den ökologischen Kreislauf auch sinnvoll oder sogar notwendig. Und es gibt auch Flächen auf dieser Erde, wo wirklich nur Rinder gehalten werden können oder Schafe. Die braucht man dort, um das Ökosystem intakt zu halten. Also auch das mal vorweg. Und jetzt setzen wir mal Bio-Qualität voraus. Also Fleisch aus wirklich artgerechter Tierhaltung, frei von Antibiotika und auch frei von Pestizidrückständen oder Glyphosat durch das behandelte Tierfutter. Wie viel Fleisch pro Woche ist denn dann das richtige Maß? Habt ihr da eine Idee? Für Frauen sind es 300 Gramm Fleisch pro Woche und für Männer 600 Gramm Fleisch pro Woche. Das empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Mehr Fleisch macht krank. Der Deutsche ist im Durchschnitt das Doppelte. Viele noch viel mehr. Und daraus resultieren Wohlstandskrankheiten. Doch es ist nicht nur das Fleisch, das uns krank macht. Früher betrafen die Wohlstandskrankheiten ja nur die Reichen auf dieser Erde. Daher ja auch der Name Wohlstandskrankheit. Mittlerweile gibt es Wohlstandskrankheiten überall dort, wo industriell gefertigte Nahrung den Siegeszug angetreten hat. Also mittlerweile auch in Entwicklungsländern. Und darum nennt man sie nun auch Zivilisationskrankheiten. Schaut euch einfach mal im Supermarkt die langen Regale an. Mit Fertignahrung, Fertigsauce, Fertigbeilage, fertigen Vor- und Nachspeisen. Und fast immer enthalten diese industriell hergestellten Produkte viel Zucker, Geschmacksverstärker und auch noch andere Zusätze. Und vor allem der hohe, überall versteckte Zuckeranteil, der macht krank und kann auf Dauer nicht nur zu Übergewicht, sondern auch zur Fettleber führen. Genau, Zucker führt zu Fettleber. Und darum empfehlen Ernährungsmediziner eine naturbelassene Nahrung. Also ohne Zucker, Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe. Möglichst frisch, ballast- und nährstoffreich. Das ist die Empfehlung. Und vor allem auch weg mit den ganzen Soft- und Zuckerdrinks und Smoothies. Und selbst den guten Bio-Fruchtsaft, auch den nur in Maßen, auch wenn er 100% Direktsaft ist, er enthält große Mengen Fruktose. Allem voran die Traubensäfte. Und Fruktose führt auch in zu hohem Genuss zu Übergewicht und auch zur Fettleber. Selbst wenn sie aus dem guten Bio-Fruchtsaft kommt. Was glaubt ihr eigentlich, was Ernährungsmediziner sagen, was das gesündeste Getränk ist? Es ist unser Leitungswasser. Nicht das Mineralwasser aus der Plastikflasche, sondern unser Leitungswasser. Und viele Krankheiten lassen sich sogar durch Ernährungsumstellung heilen oder zumindest sehr, sehr stark lindern. Dazu gehören dann zum Beispiel Bluthochdruck, die Fettleber, Gicht, erhöhte Blutfette. Alles Krankheiten, für die man letztendlich keine Medikamente braucht, sondern nur eine Ernährungsumstellung. Und jetzt erneut. Was hat das Thema eigentlich an einem Klimapodcast zu tun? Es ist ganz einfach, weil das, was uns gesund machen würde, automatisch unsere Natur, unsere Erde gesünder machen würde. Ich kann das nicht trennen. So einfach ist das. Wenn wir gesünder werden, wird automatisch unsere Erde gesünder. Die Tierhaltung belastet unsere Erde über Gebühr. Das hören wir noch verstärkt in anderen Podcasts. Weniger Fleischkonsum bedeutet weniger Krankheiten und weniger Umweltbelastung oder auch Umweltzerstörung. Naturbelassende biologische Nahrung wird hergestellt ohne Pestizine, ohne Glyphosat und ohne Kunstdünger. Das heißt, wir leben gesünder und gleichzeitig werden auch unsere Böden nicht mehr so vergiftet. Der gesamte Pestizid- und Kunstdüngemitteleinsatz würde entfallen und damit der Hauptfaktor für das massive Artensterben, also unser Insekten- und Bienensterben. Und das bedroht uns ja genauso wie die Klimaerwärmung. Da wird nicht so viel drüber geredet, weil momentan die Klimaerwärmung im Mittelpunkt steht. Aber das Artensterben bedroht uns genauso. Sterben die Tiere aus, die Insekten, haben wir keine Zukunft auf dieser Erde. Im Resümee, viel weniger Fleisch und das aus artgerechter Haltung, das ist nicht nur besser, nein, es ist ein Muss für unsere Erde. Ohne massive Reduzierung unseres Fleischkonsums haben wir keine Chance, die Umweltkrise zu bewältigen und die Klimawende zu schaffen. Denn die Belastung für die Natur ist durch die Massentierhaltung und unseren Fleischkonsum viel zu hoch. Und es ist letztendlich doch so einfach. Ja, gesündere Natur, weniger Artensterben, weniger CO2. Auf der anderen Seite gesündere Menschen. Je naturbelassener und maßvoller wir uns ernähren, umso gesünder werden wir. Wir können es einfach nicht trennen. Und wenn man es auf den Punkt bringt, so einfach geht Leben. Es ist ein Leben, das unsere Zukunft sichert. Und so gesund ist ein Leben, das unsere Zukunft sichert. Sag ich doch gleich mal, es lebe die Zukunft. Und ihr habt das vielleicht schon gemerkt, das ist überall mittlerweile, dass es in den Städten Biobauern gibt oder dass es kooperative Landwirtschaften gibt. Die sprießen überall aus dem Boden und das ist wirklicher Fortschritt. Das ist das Leben der Zukunft. Da müssen wir hin. Und wenn ihr da jetzt schon mitmacht, dann werdet ihr Teil der Lösung. Dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Und darum, stelle um auf Bio und reduziere deinen Fleischkonsum. Tu es für deine Gesundheit und tu es für unsere Erde. Aus Liebe zum Leben und zu unserer Erde. Zukunft jetzt ist eine Gemeinschaftsproduktion der Omas for Future und der Employees for Future in Zusammenarbeit mit Projector. Weitere Informationen, wie du uns unterstützen kannst, findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020